Jo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Matt Hendo. Wir sind bei einer neuen Folge Skribble. Anstatt Henry habe ich heute einfach mal Eiger mit dabei. Ich würde halt mal sagen, dass Nikita auf jeden Fall der indische Lehrmeister as fuck ist. Ja und äh, Lukas ist halt Corona, das äh, aka trauriger Patrick Star in Dunkler. Corona ist traurig. Was, drei Buchstaben? Willst du mich verarschen? Oh, wenn nix. Ich dachte schon, das ist halt wie ein Fehler auf einem scheiß blöden Spiel. Ah, easy. Ball. Junge, bist du behindert? Ball. Es sind doch nur drei Buchstaben. Ball wird mit vier Buchstaben geschrieben. Ja, aber drei Buchstaben, was soll denn das sonst noch sein? Naja, auf jeden Fall nicht Ball. Hä? Ja, okay, aber ein Bastio Ball kann es auch nicht sein. Hä, als ob die 90 Sekunden schon um sind. Hä, ist denn tatsächlich 90 Sekunden? Das klingt aber echt schnell. Ja. Okay, so, das ist ganz einfach, sagte er. Junge. Der war richtig geil. In deiner ganzen scheiß Folge rülpst du echt die ganze Zeit, wirklich die NUR, Alter. Ah, das ist äh. Was, willst du mich verarschen? Ah, Junge. Bruder. Sieht aus, das sieht aus wie ein Karussell oder sowas. Hey, ihr seht eure Wippen nicht. Ja, Alter. Ich bin's, Tim. Ehre. Wir werden halt 20 Millionen Buchstaben gezeigt, Alter. Kommt das Eigentliche jetzt, oder? Nee, aber gehört dazu. Eine Banane. Sanne, Mut und Sterne. Das sieht aus wie eine Tasse, egal. Weltraum. Ja, okay. 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 Hätte mal drauf kommen können. Corona. Mut und Sterne. What the fuck? Also, ich, also, ich kann es schon erkennen, dass es ein Tier ist. Junge. Hä? Ja, so sieht mein, so sieht mein Pipi auch immer aus. Okay, nee, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass es ein Tier ist. Hä? Okay, oder, oder wir denken ganz falsch. Aber das ist auch viel, das ist doch hundertprozentig ein Tier, oder? Das ist eine Kuh, Junge. Ach, das ist eine Kuh? Hä? Ja, aber, aber ich meine, selbst eine Katze oder ein Hund könnte Flecken haben, mein Freund. Hä, ich glaube, er hätte eine Lila-Kuh malen müssen, dann wäre es deutlich leichter gewesen. Ja, aber Flecken, Junge. Ja, aber auch Katzen oder Hund können auch Flecken haben. Ah, Corona, Alter. Alter, der heißt in seinem Maul. Junge, was ist das? Was? Ist das die Euter, oder was? Hä, was soll das sein? Oh mein Gott, yeah, ich bin's Tim, Alter. Was soll das sein? Ich bin's Tim. Alter. Alter, ich habe... Das große und kreisende hat mich ein bisschen verstanden. Ich habe dieses Glocker gerade innerhalb von drei Sekunden oder so eingegeben. Ah ja. Ich bin's Tim. Was für eine Uhr, Alter, seid ihr blöd, Junge, das ist ein Rad. Oh nein. Grotzoa, Bruder. Grüße an Henry. Grotzoa. Porsche. Porsche war Killer. Okay, jetzt, guck mal, er gibt sich Mühe. Marco Marin als Käfer? Öh, öh. Also ich fand's nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Hä, ich kenne das nicht schreiben. Bruder, wer schnuppst da seine Kackchips? Junge, IE, Alter, fickt euch doch. Hattest du wohl nicht in Deutsch dran, oder? Hm? Daumen nach oben für Corona. Pink. Also wieder eine Kuh. Hältet euer Maul. Was? Als Op-Fan, what the fuck, bist du lecker? Hä, das erkennt man doch. Jetzt schreibt er so Kuh-Euter. Alles gut, alles gut, aber ohne Scheiß. Ich dachte zuerst so, hey, what the fuck. Das sah erst aus wie ein zertretener Kaugummi, bevor dieses Ding da unten kam. Ein Kreis hier zu zeichnen ist halt unmöglich. Ja, geht eigentlich. Eigentlich muss das ja komplett gelb sein. Komplett lost. Komplett lost. Muss ich aber auch grad an denken, ne? Ich schwöre, ich musste auch grad an denken. Äh. Ja, aber das sieht doch ein bisschen anders aus, denkst du. Äh. Ach, du... Oh, Junge. Du Wichse, Alter. Ja, also... Oh mein Gott. Es ist... Ich weiß nicht, wie man... Ich weiß nicht, wie dieses Wort, also vom Zeichnen her noch besser aussieht. Ich hätte jetzt erstmal... Ja. Ne, ich hab halt auch erst an... Ich hab halt auch erst an Dollar gedacht. Oh nein, das wird so scheiße. Digger, deine Wörter sind länger als die uploaden Tausend von Henry. Äh. Habt ihr das neue Video von Henry eigentlich gesehen? Ja. Auch wieder leise, ne? Ja. Übel. Hä? Da drüber? Hä? Boah, da... Okay, das ist schwierig. Ich werde mir... Es ist irgendein leichtes Ort, dass wir alle können... Aber du zeichnest leider... Zeich... Du zeichnest... Äh. Müsste man eigentlich drauf... Ah, er hat's! Ah, scheiße, aber ich kenn's... Oh, ne... Und dieses andere Ding kann ich nicht zeichnen. Dieses andere Ding kann ich nicht... Aber man müsste es erkennen. Ja, aber... Keine Ahnung, aber ich... Ich hätte jetzt an die Kuckucksuhr gedacht. Ja, das ist auch richtig. Aber ich weiß nicht, wie man das am besten schreibt. Leckt mich doch am Zückerli. Bist dich, du Hohrensohn. Okay. Bist dich, du Hohrensohn. Es ist werbeunfreundlich. Sieht aus wie... Von der Form her könnte es ein Chicken McNugget sein, aber... Ein Chicken McNugget? Ja, ein Chicken Nugget von McDonalds. Die heißen Chicken McNuggets. Waja, ich bin nicht so oft bei McDonalds, so wie du. Du Fatsack. Ja, wenn ich... Boah, das ist... Das ist genial, Alter. Was hat denn überhaupt dieses Grüne da oben zu bedeuten? Weiß ich leider auch nicht. Ich bin... Ich habe keine Ahnung. Ach, Junge. Ähm, 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 ähm. Ah, Bruder. Aber die Flagge war falsch. Ja, ich weiß. Also es geht doch um mein Land. Ohne Scheiß, ohne Scheiß, du brauchst gar nicht Zeit. Das Problem ist, dass ich halt schlecht bin, dass ich kein Land... Also ich kenne zwar Länder, aber das Problem ist, ich kenne dich von der Flagge halt nicht. Also Flaggenkunde nicht dein... Äh, nicht dein Fall. Ne, ne. Also ohne Scheiß, wenn ihr mir Flaggen zeigt, dann werde ich's nicht erkennen. Niemals. Ich krieg auch nur Scheiße. Ich krieg auch nur Scheiße. Insel... Ach, Insel an sich. Ja gut. Hä, bei mir steht... Hä, bei mir stand Island. Ja. Hä, okay, lol. Ja, die Insel war ja auch als Island gemeint. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Zeigt's mit einem Daumen nach oben. Sofern es euch gefallen hat. Gebt ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Aktivität Glocke. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Danke nochmal an Nikita und Lukas aka Let's Be Scary und Aiger fürs Mitmachen. Und äh, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ich bin die erste Nummer 1 bei Nikita als Follower. Okay. Äh, ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Haut rein und ciao! both he aus he he und weil avoir 240 hi